Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir euch die neue RE442 von Rokko, und zwar die 11251 im TE-Look, die früher auch natürlich Fernzüge gezogen hat, aber auch Regionalzüge. Heute zeigen wir sie mal vor einem Regionalzug, und zwar vor dem Regionalzug 31-31 zwischen Sion und Lausanne. Viel Spaß damit, Like und Abba nicht vergessen. Ciao! So! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020